hallo freunde total relativ landunghaft herzlich willkommen zurück zu stoppenbach im frühling oder frühling auf der stoppenbach wir sind angekommen bei folge nummer fünf denke ich mir und zu beginn machen wir mal ein kleines update was in der zwischenzeit denn so alles geschehen ist ich habe jetzt mein gespannt zum säen da gehört eine kreislecke dazwischen aber der schlapper packt die kreislecke nicht zusammen mit der maschine deshalb muss ich das ganze gespannt so fahren ist nicht ganz so ideal aber das problem ist ich habe so glaube ich schon mal erwähnt den hof als ich den ursprünglich aufgebaut habe als wir damals auf dem server angefangen haben bin ich davon ausgegangen dass mein größer schlapper 200 ps haben wird und leider hat das ja ganz nicht so ganz geklappt ich habe einfach keinen schönen mod gefunden der nicht ganz so neu ist und mir gefällt und 200 ps hat ungefähr und deshalb ist der 631 ist mein größter schlapper wenn das war ein bisschen aufgedreht mit mit 160 ps rum 165 aber erstens weiß ein bisschen zu leicht und zum zweiten 165 ps sind halt trotzdem zu wenig da werden eine vier meter gruppe dann habe ich schon ausgetauscht zu einem drei meter gruppe eventuell müssen wir die sämme ja auch noch verkaufen oder eine kleinere kaufen mal schauen oder wir finden doch mal eines tages einen größeren schlapper aber das kann sich noch ziehen aber was ich in der zwischenzeit gemacht hat man hier das feld 11 das habe ich jetzt mit der kreislecke bearbeitet da hatten wir ja dann in einem der streams gepflückt und hier fällt 12 und 14 habe ich schon eingesät mit weizen ich glaube da war letztes jahr gerste im feld 14 und hier war raps aber ich dachte mir eigentlich sehr blödsinn wenn die drei felder am hof die nebeneinander sind alle unterschiedliche fruchtarten haben dann muss dreimal der drescher raus und dazu unterschiedlichen zeiten und jedes mal hat man so einen halben anhänger voll deshalb dachte ich mir ich mache jetzt alle drei mit weizen ich hoffe dass ich letztes jahr wirklich gerste hatte und nicht weizen weil ich ja die fruchtfreude schon beachten möchte und nicht nicht die zwei jahre hintereinander dasselbe einen platz entspricht muss ich dann gucken ob mit den anderen feldern nicht mit denen noch geht das feld 138 das habe ich jetzt von bläcke flügen lassen in lund arbeit und das nicht fliegen grubbern und dann können wir da auch ansehen und das feld 140 das muss ich noch flügen also 147 174 meine ich und feld 100 das haben wir ja schon gemacht und feld was war denn 87 auch da müssen wir überall noch sehen da muss ich aber noch mal schauen dass wir denn letztes jahr angebaut hatten dass da auch mal die fruchtfolge dann stimmt und wenigstens doppelt anbauen so nahm zum glück habe ich hier noch ein bisschen sattgut vorgelagert sonst hätte ich jetzt wieder müsste ich jetzt wieder viel geld zahlen und ihr seht dass unser kontostand ist immer noch nicht allerbeste haben wir noch nicht so ein wirkliches puffer falls mal was passiert was ich jetzt aber machen werde es hier diesen deutsch auf die seite parken und ich hoffe mal dass es nicht so laut ist für euch ich glaube ich glaube das passt so einen packen wir uns mal hier in ihr seht ich habe jetzt die silage zange vorne im einsatz um die tüchen zu füttern aber das habe ich schon erledigt das steht jetzt nicht an und ich dachte mir wir nehmen uns für die heutige episode wir könnten jetzt gleich sehen gehen auf welt 11 aber ich dachte mir machen wir was ganz was anderes wir nehmen uns einen kleinen eiche hier und fahren mal die tiere weg dann haben wir ein paar tiere zum verkaufen ein paar kühe und dann ich habe mir überlegt wenn klar wo sie dann nehmen eigentlich den sex einfach nehmen der ist dafür gedacht habe ich dachte mir immer wieder ein eigener das schadet nicht und ich mache spaß mit dem zu fahren und daher nehmen wir den ich hoffe dass er leistung genug hat so schlecht anhängt sie auch nicht aber so leicht auch wieder nicht und da immer gespannt aber probieren ich habe den anderen ein bisschen mitten im weg stehen lassen da war ich beim laden der selmaschine und habe ihn da einfach hier stehen lassen auch halb so wild wenn hier ein screenshot machen wir das wäre gerade ganz lustig mit den beiden ich weiß es nicht ach ich habe ja schon jetzt muss noch jetzt der echo wie machen und dann 22 habe ich schon doch das sieht irgendwie lustig aus mit den beiden machen wir mal ein screenshot hier manchmal vielleicht so so rum ist gar nicht besser ja so rum ist besser ich glaube das nette screen so denken wir als titelbild für die episode nehmen obwohl ich habe es wieder was neues gelernt und zwar kann ich hier das hier alles machen und dann haben wir hier oben uns anzeige nicht mehr für den glänzmann sehr schön so aber wir machen das jetzt wieder rückgängig mit minus 1 und wir können auch mit oben einblenden und wir machen jetzt mal weiter mit der aufnahme bzw mit dem mit dem tiere verkaufen da müssen wir rein mit dem anhänger halt stopp erstmal das tor aufmachen habe ich das tor auf lasse dann kommt wieder blacki und sagt hey ich lasse die kühe raus hat er ja auch recht dass im grunde hier ein offener laufstall oder auch nicht ich weiß nicht dass alles ein bisschen unrealistisch die kühe stehen hier drinnen hier draußen stehen kühe hier ist mist ja ich verstehe nicht so ganz nein der stalle macht nicht so ganz sind aber ich tue halt einfach so als wäre das hier quasi die futter einfahrt die kann ich offen lassen hier ist quasi stelle ich mir vor dass zu wäre und das hier ist quasi dann offen auf der seite weil da die kühe auch raus können das passt nicht so ganz mit dem aber naja was soll es was soll es gute stahlgebäude zu finden ist extrem schwierig hier gibt es leider nicht wirklich was so jetzt schauen wir mal auf laden 1 2 3 4 bestätigen ich habe jetzt hoffentlich den anhänger ja wohl ich habe nachher gefixt da hatten wir das flackern der tiere noch drin weil ich da was falsch eingetragen habe aber scheint es tatsächlich gefixt zu sein und ja soweit so gut der schlepper zieht den und er geht vorne nicht hoch müsste ja auch eigentlich mehr wer selber rasch nicht so werden so sehr sind die kürze auch wieder nicht so bin ich mal gespannt ich glaube der preis für die kühe variiert sich nicht es variiert nur der preis für die standardtiere nicht für die modtiere aber wir werden es gleich sehen ich habe schon länger keine mehr verkauft deswegen haben sie auch so viele angesammelt doch schon fast ein gang zu viel da macht man spaß der eichel zu fahren muss ich gucken dass ich den öfter einsätze nicht dass wir so wie bei der seilwinde die damals gebaut habe ich dann hier mit gespielt habe in game muss man daran gewöhnen wenn ich mit dem motto umbastel oder so dass ich damit auch wirklich spielen damit in dx 6 1 30 und 4 1 70 und 4 1 60 und so hat sich das ja jetzt bisher zum glück nicht bewahrheitet da habe ich ja extra für losberg im grunde umgebaut und für stoppenbach dann seid ihr auch sehr fleißig damit gespielt aber der eichel ist halt von leistungslassen nicht nicht in dem bereich in dem ich normalerweise brauche und dadurch dass ein prototyp ist auch nicht so wirklich eins der zwei in einer geschichte außer eben hier auf der stappenbach da können wir das machen so aber da kommen wir dann ja auch wieder ein bisschen zurück auf das thema von der letzten folge wie viele schlepper sind realistisch wie viele sind nicht realistisch kommt es wieder dazu ich müsste eigentlich einen weiteren schlepper kaufen 1 200 pf schlepper oder eben vielleicht tatsächlich noch mal eine sämaschine downgrade ich könnte auch das sehen komplett vom lohnunternehmen übernehmen lassen und meine sämaschine ganz verkaufen das wäre auch noch eine variante mal überlegen was ich da noch mache aber ein anderes problem ist unsere silage ich habe noch so viel silo ich habe viel zu viel silo gemacht ich brauche das silo bei weitem nicht ich habe das voll überschätzt das ist an sich nicht so schlimm ich habe jetzt mit Blacky schon mal geredet es kann sein dass er zu wenig heuer hat dieses jahr nicht zu wenig heuer hat aber zu wenig silo und bei mir ist gerade andersrum ich habe zu wenig heuer aber zu viel silo und wenn es dann soweit ist dass einer von uns eine 1 davon nicht mehr hat dann fangen wir an zu tauschen ich muss ja heuer und silage tauschen das wäre natürlich für uns beide wunderbar das ist auch 4800 dann ändert sich der preis doch tatsächlich letztes mal habe ich noch 1440 bekommen ist der preis jetzt runtergegangen wenn wir doch jetzt mal schauen mit ALT-S Wirtschaft und dann bei den Tieren werden die hier gelistet nein die werden hier nicht gelistet das ist natürlich schade in der Falle der wird gelistet Kompost, Kalk, Schweinschaf und Kuh aber die Rinder und so werden nicht gelistet das ist schade na gut aber wir kriegen jetzt trotzdem weniger als wir am Anfang vom Jahr bekommen haben macht nichts ich muss trotzdem verkaufen ich habe eine stetige Produktion ich muss regelmäßig verkaufen so ist das bei einer Mast da muss man alle paar Wochen oder so verkaufen ich weiß es nicht ich glaube Sibursusum verkauft alle zwei Wochen Schweine er hat immer quasi in verschiedenen Wachstumsstadien so dass er quasi immer so ungefähr alle zwei Wochen gleich verkaufen kann bin mir nicht mehr ganz sicher mit der Zahl kann ich mich täuschen aber irgendwie sowas in die Richtung so halt verschalten ja aber wir können das Geld gebrauchen wir haben immer noch so ein bisschen also einen großen Schlepper können wir uns nicht wirklich leisten und man braucht ja auch ein bisschen finanzielles Puffer falls irgendwas passiert also man doch irgendjemand was braucht und daher es fängt ja schon an mit Düngemitteln wir brauchen definitiv Düngemittel und die kosten einen Haufen Geld vielleicht brauchen wir noch ein bisschen Saatgut auch ich weiß nicht ob es reicht deshalb würde ich mal sagen dass wir gucken müssen also ich denke mal so ich habe so ein Ziel von 100.000 möchte ich mindestens erreichen bevor ich wieder irgendwelche Ausgaben mache mit dem Eiche weiß halt leider eine Ausgabe die ich nicht machen hätte sollen aber gemacht habe ähm aber wir sind ja trotzdem finanziell nicht ganz so schlecht daran wie wir anfangs waren ich denke mal wir gehen in die richtige Richtung auf jeden Fall ja ähm ich würde mal sagen ich verkaufe jetzt nochmal 2-3 Anhänger und dann sehen wir uns wieder wenn ich die verkauft habe ja doch machen wir so machen wir so machen wir einen kleinen Cut und ich würde mal sagen wir sehen uns wieder wenn ich fertig bin mit Tiere verkaufen bis gleich wisst ihr was mir gerade eben aufgefallen ist ich vermute euch ist es schon die ganze Zeit aufgefallen ich habe die Mutterrinde verkauft es war jetzt schon mein dritter Anhänger hier und ich versuche jetzt wieder los zu werden hier oh man so ein Blödsinn sag mal wo war denn hier der Trigger nochmal dass mir die loswerden kann weil der nicht zu drüben irgendwo er hat die Mutterrinde verkauft wir haben noch 12 Stück Mutterrinde wir haben 25 gehabt wie kann das passieren dritter Anhänger 3x4 ist 12 12 und 12 ist 24 irgendwas stimmt mit meiner Rechnung nicht aber trotzdem wir haben immer noch 18 Rinde wir haben kein einziges Rind verkauft wir haben nur Mutterrinde verkauft wieso ist mir das nicht aufgefallen dass ich Mutterrinde aufgeladen habe war das nicht hier irgendwo dass ich sie abladen konnte ich dachte das war mit einem anderen Trigger als hm vielleicht doch hier vorne in dem Trigger ja hier abladen aber ah doch jetzt gehts vorhin wollte es nicht gehen oh nein Rind wollte ich doch verkaufen nicht Mutterrind ja wir haben das heißt wir haben nicht Gewinn gemacht wir haben einen riesengroßen Verlust gemacht wir müssen die jetzt alle wieder kaufen ähm für einen viel teureren Preis deswegen waren es auch nur 1200 pro Rinde und nicht 14,40 hm so ein Mist ja das fängt ja mal wieder richtig gut an tja tja habe ich gedacht ich mach das mir eben oft kann man verkaufen ich verdiene ordentlich Geld dann kommen wir wieder zurück und machen irgendwas schönes was nein natürlich nicht ach halt ich habe gar keinen Gang mehr so jetzt verkaufen wir erstmal die Rinder hier die jungen Rinder unser Mastrinder und dann schauen wir mal von dem müssen wir alle Mutterrinder wieder kaufen dafür wieder auf 25 kommen anders hat es keinen Wert na die brauchen wir ja dass wir unsere Produktion aufrechterhalten und so weiter also brauchen wir mindestens 25 von da her ja will gar nicht ausrechnen die Hilfeverluste ich jetzt gemacht aber wir werden es ja gleich sehen so na da kommt der Turbo ins Spiel der zieht dann hier einfach den Berg hoch so wie gesagt ich will es gar nicht ausrechnen aber wir werden es gleich mal ausrechnen zumindest so grob im Kopf wenn wir dann rausfinden was denn die Rinder oder Neu-Einkaufspreiskosten glaube aber dass eine ganze Menge sein wird mal gespannt ich denke mal dass wir für die hier jetzt immer noch 1440 bekommen und da hat sich nichts geändert Verkaufen jawohl 1440 immer noch dasselbe so und jetzt müssen wir mal schauen ähm ein Mutterrind kostet 2500 und wir haben 1200 dafür bekommen das heißt wir haben dann letzten Endes verloren 800 plus 500 das sind 1300 wir haben also 1300 pro Rinder verloren wir haben zwei Anhänger voll glaube ich hingebracht das ist 8 puh 1400 mal 8 das ist 1400 mal 10 wäre ähm ja 14.000 ähm mal 8 ist zweimal 14.000 weg also etwas über 10.000 haben wir verloren ähm gut wir müssen wir müssen wieder kaufen hilft nix ähm zwei Anhänger voll mindestens hoch so und als haben wir ja gesehen ein Anhänger kostet uns 10.000 Euro das heißt 20.000 Euro werden wir jetzt insgesamt los oh nein ich hasse den Verkehr sowas von und es gibt immer mal wieder die Frage die aufkommt Mutter gleiche was wünschst du dir von alles 19 was denkst du dir soll der Giants von alles 19 ändern ja jetzt viele Dinge die ich denke dass ähm die ich mir wünschen würde die schön werden oder sowas aber ich sag ja dann immer es wird halt es wird wir warten es einfach ab und ähm so realistisch wie ich das Spiel gern hätte wird es vermutlich sowieso nicht da mache ich mir keine Illusion aber wenn es eine Sache gibt wo ich wirklich mich so oft darüber aufrege ähm was überhaupt nichts mit dem Realismus zu tun hat dann wäre es tatsächlich der Verkehr scheint es echt im Verkehr mal überarbeiten würde das ist einfach früher ging der Verkehr noch halbwegs wo die Autos noch nicht ähm quasi statisch von der Engine her waren ja wo man die noch wegschieben konnte das heißt wenn man einen Unfall gemacht hat dann waren es wie in echt halt auch zwei Fahrzeuge die gegeneinander gefahren sind und dann hat es beide halt zurückgeschoben je nachdem wer schneller oder schwerer war da war das noch nicht ganz so frecklich aber mittlerweile bei dem neuen Verkehr ist es ja in der Tat so dass man ja von den Fahrzeugen durch die Gegend geschoben wird und es ist einfach unglaublich nervig dass sie nicht wirklich ne ähm ja nur dass die Umfälle bauen ähm nur dass sie halt nicht wirklich um die Ecke gucken können und aus Kreuzungen rausfahren einem die Vorfahrt nehmen und solche Geschichten und ähm das ist nicht sehr angenehm wenn man dann mal eben so mitten durch Stappenbach fährt und dann auf einmal aus einer Seitenstraße so ein Auto rausgerauscht kommt und einen auf die Seite legt das ist mir neulich beim Misstreuen erst wieder passiert das passiert ständig und ähm man könnte mit Sicherheit den Verkehr auf der Stappenbach ein bisschen anders verlegen das ist nicht so oft passiert aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Stappenbach Problem das haben ja die ganzen anderen Maps auch das ist einfach ein Giants Verkehrsproblem und das zweite Problem was mich wirklich stört ist dass ich nur 30 kmh fahre ähm ich fahr hier auf der Straße mit dem Verkehr man muss ständig langsam tun für die Fahrzeuge dann muss Autos überräumen ich meine da läuft irgendwas verkehrten also kein keiner ähm ja würde sagen so das passt so das ist alles nicht so schlimm die fahren halt nur 30 kmh ähm also ich finde das total störend und ich würde vielleicht fast lieber ohne Verkehr fahren ähm zumindest wenn es öfter mit dem Unfall passieren würde weil mich das echt wirklich stört ähm ohne Verkehr ist auch schade da ist die Map so leer ähm auch mit Verkehr ähm die Sache dass die 30 kmh laufen stört mich so bestätigen so wie viele haben wir jetzt denn ich will jetzt mal schauen jetzt haben wir 20 Stück 5 brauchen wir noch ja vielleicht holen wir noch 2 Anhänger voll dann haben wir wenigstens ein paar ja ne also verkehrstechnisch nicht nur dass die nur 30 kmh laufen aber das an sich stört schon aber nur dass die halt einfach so so sind wie sie sind das stört noch mehr ich denke mal da sollte Giants echt mal was dran reparieren das ist eine der wenigen Dinge die wirklich dringend ähm gefixt werden sollten die eher eine Kleinigkeit sind die sonst nicht so auf den Leuten auffallen aber doch halt Dinge sind die einen ständig stören meine Meinung ähm also ich würde es nicht also keine Ahnung wenn der Verkehr im 19er noch genau gleich ist wie im Sitze dann kaufe ich mir das Spiel natürlich trotzdem ist es auch nicht unbedingt ein ähm ähm Grund das Spiel dann nicht mehr zu mögen oder sowas ganz so schlimm ist es nicht aber es ist schon sowas was halt einen wirklich regelmäßig aufricht zumindest mich regelmäßig stört und ähm ja ich wäre froh wenn Giants da was dann machen würde aber gut wer weiß wer weiß ähm werden wir ja dann sehen es ist nicht mehr ganz so lang nur bis so im Oktober ja gut das ist noch eine ganze Weile zum Glück ich habe noch viel vor nachher auf der Stappenbach macht noch sehr viel Spaß der Sive Game und Lost Park sowieso ne also da bin ich noch gar nicht im auch ich möchte alles 19 haben Fieber drin das kommt dann wahrscheinlich noch irgendwann ähm aber da sind wir noch sehr weit von weg so der Turbo wieder schön von unten rausziehen ich habe ein cooles Video gefunden auf YouTube vor ein paar Tagen ähm auf meinem Kanal wir haben einen Eichel EDL Motor umgebaut zum Eichel EDK Turbo Motor ähm ich weiß nicht wo der Motor herkam ich vermute von einem Königstiger ich vermute der landet dann auch wieder in dem Königstiger ich bin mal gespannt das Video ist glaube ich zwei Monate alt oder so aber es gab noch keine 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 Auflösung mit dem mit dem Schlepper zusammengebaut das war fast nur ein Video vom Motor aber wir haben den Motor tatsächlich komplett zerlegt und haben neue Kolben und ähm Zylinder bestellt gehabt und ich glaube sogar neue Köpfe drauf gemacht und dann einen Turbo angebaut von ähm einem EDL Motor oder so ein wie der her ähm ich vermute dass es der originale Turbo war und auch die originale Einflusspumpe das war nämlich eine ähm neue Einflusspumpe haben die daran gebaut eine in grauer Farbe also von einem späteren späteren Eicher und der Motor an sich war blau aus dem Königstiger oder einem alten Königstiger ähm deshalb vermute ich einfach mal so ach ich bin dumm er hätte doch nicht leer herfahren sollen er hätte doch die anderen mitnehmen können Menschenskind ja 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 jedenfalls ähm ja was wollte ich eigentlich sagen genau ich fand das total cool ich bin echt gespannt auf das Ergebnis ähm so viel ist zwischen dem EDL und EDK Motor ja nicht unterschiedlich ich dachte aber immer dass die Kurbelwelle unterschiedlich wäre oder zumindest der der Motorblock verstärkt werden später bei den 6 Zylinder ED genau das meinte ich mit dem Verkehr genau das meinte ich ähm später bei den 6 Zylinder EDK Motoren war es auch so die ersten 31 und der 5 die hatten ja ein bisschen Standfestigkeitsschwierigkeiten ähm weil die Motoren nicht für so viel PS ausgelegt waren da gibt es so eine so eine Metallplatte die man quasi in den Motorblock einschraubt oder einschweißt die das ganze stabilisiert dann was die meisten ähm 31 33 bis hier zu machen weil die Motoren dann sonst irgendwann einen Riss kriegen die haben das dann später für die EDK Motoren ähm für die EDL Motoren meine ich äh gefixt aber ähm ja ich bin echt mal gespannt was da wirklich letzten Endes jetzt neu war ähm ob die Zylinder und Kolben nur ausgetauscht haben bei dem Motor um ähm weil sie halt alt waren oder ob die das ausgetauscht haben weil soweit ich weiß hat sowohl der EDK als auch der EDL Motor ähm ein Hub von 125mm und eine Bohrung von 100mm das heißt Bohrung und Hub sind beim EDK und EDL Motor also bei den 3 Zylinder genau gleich ähm beim ähm ich dachte immer nur dass der späterer EDL Motor einen längeren Hub hätte wie die ersten Eicherdiesel Langhuber den ED Motoren aber ich glaube das sind tatsächlich die gleichen Motoren und dann frage ich mich was da wirklich unterschiedlich ist ob die einen anderen Kopf dann haben oder ich weiß es nicht oder ob da wirklich nichts unterschiedlich war außer halt nur Einspritzpumpe und Kleinigkeiten keine Ahnung echt mal interessant zu wissen aber jedenfalls sie haben dann ein Turbo drauf gemacht das sah alles von der Verrohrung und so aus als wäre es von dem originalen ähm die L Turbo Motoren von 3066 oder sowas inklusive Einspritzpumpe aber theoretisch müsste das ja auch mit der originalen Einspritzpumpe gehen indem man die dann ein bisschen aufdreht auf jeden Fall fand ich es ein interessantes spannendes Thema und werde ich mal weiter verfolgen den Kanal ich hoffe mal dass da noch ein Update Video kommt vielleicht müsste ich auch mal in den Kommentaren mal fragen ich weiß nicht ob die Antworten schreiben in den Kommentaren ich glaube nicht jedenfalls meine ich dass ich keine gesehen habe ähm ob da noch ein Update kommt das wäre jedenfalls interessant zu wissen das interessiert mich dann doch ob man als Königs Sieger tatsächlich einfach so ein Turbo dran basteln kann ähm beziehungsweise was die Unterschiede dann sind letzten Endes so diesmal machen wir den gleichen Fehler aber nicht zweimal diesmal werden wir einmal reinfahren Kühe abladen so haben wir wieder 24 und dann vier abladen halt nicht davon davon so ei 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 so ich würde aber mal sagen ich mache jetzt einfach mal weiter und verkaufe hier nochmal eine Runde und ich kaufe dann auch nochmal eine Runde dann haben wir nachher 28 Kühe dann haben wir noch ein bisschen was rausgeholt und ich würde sagen wir sehen uns gleich im Video bis gleich so da sind wir wieder und ja 80.000 haben wir jetzt ich weiß nicht wie viel wir vorhin hatten glaube ich 78.000 das heißt wir haben jetzt eine ganze Menge Kühe verkauft wir haben 16 Rinder verkauft aber durch unser kleines Malheur haben wir nicht wirklich Gewinn gemacht aber immerhin haben wir jetzt heute keinen großen Verlust gemacht also schonmal was ähm schade ist es natürlich trotzdem wenn unser ganzer theoretischer Gewinn von den letzten Tagen so einfach draufgegangen ist so äh wir müssen hier erstmal was enden und zwar diesen Gang hier machen und dann hier schauen dass wir eine Gruppe runter schalten wir müssen nämlich jetzt noch eine kleine Runde ausmisten gehen ähm ja ich stelle jetzt überall meine Geräte hier rum und mein Werkzeug dieses Werkzeug hier so so aber ja wo haben wir denn die Schaufel die Schaufel haben wir direkt hier stehen gleich jawoll und und doch passt so ja ich weiß ausmisten mit der Schaufel ist auch nicht so ideal aber die Kühe die haben einen relativ feinen Mist ähm vielleicht müssen wir uns eine Mistkabel auch noch holen um das ganze voll schön realistisch zu gestalten könnt ihr mal in die Kommentare schreiben was ihr meint wie realistisch ist es heutzutage noch mit einer Schaufel auszumisten oder heutzutage wieder mit einer Schaufel auszumisten na früher war das konnte man mit einer Schaufel ja nicht wirklich ausmisten aber ähm na das Stroh was heutzutage gepresst wird in Ballen wird ja auch gehackt äh häckselt in äh schön kleine feine Stückchen na dass das besser einstellt deshalb denke ich mal das mit einer Schaufel ausmisten gar nicht so unreliesslich ist na früher natürlich undenkbar da war das Stroh noch richtig lang aber ich denke mein in ähm heutzutage weiß es nicht aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben was ihr dazu meint zu diesem Thema und wenn ihr meint wir brauchen noch eine Mistkabel dann holen wir uns auch noch eine Mistkabel na daran sollte es jetzt nicht scheitern ich hab mir überlegt ob ich meine Silabiertange für den Mist verwende aber wie ihr äh vor 2-3 Episoden schon ähm erfolgreich ähm mich drauf aufmerksam gemacht habt ich hab vergessen die Silage äh die Schaufel zu waschen bevor ich zwischen Mist und äh Silage auflade das ist natürlich gar nicht gut ähm von daher huch was war das ja von daher ähm denke ich mal dass es schon ganz praktisch wäre wenn wir für jedes ein eigenes Gerät haben ich glaube die Geräte mit schnell Kupplungssystem wechseln geht schneller als die Geräte einzeln zu waschen denke ich mir einfach mal so so ähm ja sollen wir noch ein kleines Thema anfangen oder sollen wir kein Thema mehr anfangen ähm ok wir können ja das Thema Themenvorfläche nochmal ansprechen ne ich hab jetzt ja hab jetzt in den letzten zwei Folgen jeweils ein ungefähres Gesprächsthema gehabt auch wenn es total zueinander war wie das bei mir halt so ist aber schreibt mir einfach mal in die Kommentare was ihr davon haltet und vor allem ne äh schreibt mir mal noch weitere Themenvorfläche in die Kommentare wenn euch irgendwas einfällt ähm ich finde das eine ganz interessante Sache soweit und ähm ich möchte auch mal weiter probieren seitdem ihr sagt ne das ist doof macht das nicht dann lassen wir es bleiben nein diese Folge haben wir jetzt nicht so wirklich ein Thema gehabt da haben wir dann eh über das geredet was wir wirklich in der Folge werden das auch machen aber das kann man halt nicht jedes mal machen das wird auch auf Dauer lang weil ich vor allem wenn ich jetzt hier Mist fahren bin ähm ähm zum Spiel selber kommentieren kann wenn man irgendwann einöten Arbeiten und Mist fahren macht dann braucht man halt doch schon ein bisschen ein Gesprächsthema so ähm aber wenn äh ich hab ich hab selber auch nur so ein zwei Gesprächsthemen aber ich würde jetzt nicht unbedingt noch eins anfangen die Episode geht er höchst noch fünf fünf sechs Minuten vielleicht von daher denke ich mir lassen wir es dann mit den Gesprächsthemen wie heute auch sein ähm und reden über irgendeinen Kleinigkeiten und Blödsinn noch ein Thema was ich vielleicht anfangen wollte oder so war generell ähm die neuen Medien ne das ähm äh YouTube, Twitch, Livestreams ne was heutzutage halt ich meine nicht mit neuen Medien und das eben nicht an sich sondern die die Alternativen zum quatschen vom Think quasi und äh mehr oder weniger bin ich ja dadurch dass ich äh YouTube Videos mache und auch Livestreams da mehr oder weniger mittendrin und ähm dann dachte ich mir das wäre auch mal ein ganz interessantes Thema worüber man ein bisschen reden könnten und ähm ja vielleicht fällt euch etwas dazu ein schon machen dann könnten wir das gleich mit reinnehmen in die nächste Folge ich weiß es nicht wobei ich jetzt schon wieder kurz davor bin dieses Thema doch noch anzuschneiden aber ich finde es halt einfach spannend ne ähm was sich da verändert hat ne in früheren Zeiten war es im Grunde so dass dass man die einzige Unterhaltung die man hatte war dass man irgendwie eine DVD oder einen Film gekauft hat und das gab es auch früher es gab es auch früher Leute die DVDs produziert haben na also es gab gab nicht nur die großen Filmproduzenten und so sondern es gab ja durchaus auch viele kleinere ähm DVD Produzenten ich meine gerade im Landwirtschaftlichen Bereich gab es öfter schon oder schon länger DVDs zu einzelnen Traktormarten die die Geschichten erklärt haben und es gab aber auch schon äh Agrartechnik im Einsatz ähnliche DVDs ähm da gab es ja schon schon auch äh dann was interessantes und ähm auch schon ich würde mal sagen vor den DVDs da gab es auch inkubate Produktionen mit Sicherheit aber ähm nicht in dem Ausmaß na im Grunde war es so wenn man Unterhaltung wollte dann hat man halt ne ne im Grunde entweder den DVD sich ausgeliehen oder gekauft von ne irgendeine Serie oder oder ähm Film oder man hat halt den Fernseher angemacht also viele Alternativen gab es ja nicht und ähm ich würde mal sagen auch mit dem Internet gab es lange Zeit nicht wirklich viele Alternativen aber wie das mittlerweile ist das ist schon ich finde es total cool ne ähm an sich Twitch ist jetzt ein wunderbares Beispiel na es gibt auf Twitcher unglaublich viele Streamer und ne ne die machen nicht nur alle Spiele spielen es gibt Streamer die ähm Livestream sich beim Musik äh spielen es gibt Streamer die Livestream sich einfach so aus dem Alltag im Haus beim Kochen und was weiß ich was ähm es gibt natürlich ganz viele Livestreamer die äh einfach sich beim Spielen spielen aber es gibt auch wirklich viele Leute da die machen das Hauptberufig das ist deren Vollzeitbeschäftigung ich denke quasi morgens auf die machen den Livestream an die streamen den ganzen Tag und dann gehen sie ins Bett und dann verdienen halt durch Werbung und durch Spenden dann einen ich würde mal sogar sagen relativ guten Unterhalt sogar und ähm na da gibt es dann natürlich die Argumentation gleich wieder von wegen ja die verdienen ohne Arbeit Geld und so weiter aber ich finde das ist eine ziemlich blödsinnige Argumentation ne ich meine wenn jemand in dem Fernsehstudio sitzt und Nachrichten vorliest dann verdient er damit auch Geld ähm was ist da jetzt so groß anders ne oder wenn jemand irgendwie Comedy macht oder sonst irgendwas letzten Endes ist es alles Unterhaltung und ähm Unterhaltung an sich ähm ja ist nicht rausgehen und ein Loch buddeln oder sonst irgendwas eine körperliche schwere Arbeit sondern Unterhaltung ist halt ein bisschen anders ne und manchmal ist ähm ja auch primitive Unterhaltung wie in Let's Play ist auch eine Unterhaltung das ist ich meine es ist erfordert keinen großen künstlosen Aufwand und so weiter es erfordert einfach nur ein bisschen Zeit ne letzten Endes ist es einfach nur man man steckt eine gewisse Zeit rein und macht quasi ein unterhaltendes Video oder einen Stream ich meine es gibt ja auch viele Leute die Spiele streamen und ähm ja ne die unterhalten einfach mit ihrer Zeit und in ihrer Art dann die anderen Leuten ich finde das extrem cool einfach der Gedanke dass das jeder machen kann das ist einfach ähm man muss muss kein kein berühmter äh weil wir nicht Hollywoodstar mehr sein man muss irgendwie Verbindungen zu sonst wem oder sonst was haben um irgendwie einen Film oder Medien äh Karriere machen zu können sondern jeder kann das im Grunde machen na jeder kann auf Twitch gehen und kann eine Webcam anmachen und kann ein Spiel spielen und kann live gehen und ja wenn man es nicht ganz schlecht macht und äh die Leute einen Sympathie finden dann kann man da erfolgreich haben erfolgreich sein damit ne ne und zwar so sehr dass man es wirklich quasi jeden Tag machen kann als Beruf von morgens bis abends ne und die Leute die werden wirklich Geld spenden ne und das ist eh wieder so ein Thema mit Spenden vielleicht kommen wir da auch mal noch drum ne Spenden im Internet ähm als als Form der quasi ähm Einkommenserzeugung mehr oder weniger ähm ich finde es eigentlich nicht schlecht ne ich finde es eigentlich eine ziemlich coole Sache weil dadurch wird ähm ja wird Unterhaltung sehr personalisiert und ähm sehr ich sag mal demokratisiert auch ne weil letzten Endes ähm wenn mir eine gewisse Unterhaltung gefällt dann dann gucke ich die an und ich meine wenn ich jetzt ähm Geld übrig hätte oder der Meinung bin dass das jemand das Geld wirklich wert ist oder das ne die Unterhaltung das Geld wert ist dann kann man dem was spenden und damit quasi genau die Unterhaltung unterstützen die man selber haben möchte ne nicht wie gut ich meine wir müssen immer noch GZ Gebühren zahlen aber ich meine mit GZ Gebühren ist ja so zahlt man halt und man hat nicht wirklich wirklich ne Bestimmung drüber und selbst mit mit anderen Bezahlfachen sehen ist es ja so ne keine Ahnung wenn man ein Sky-Abo oder sowas hat ähm na man zahlt es nicht wirklich für genau das was man sehen will man hat nicht unbedingt einen direkten Einfluss man sagt okay ich möchte dieses Paket und jenes Paket ähm das entspricht ungefähr meinen Vorstellungen aber man hat es nicht wirklich einen richtigen Programmeinfluss ich meine es gibt natürlich heutzutage genug ähm Dienstsender wo man quasi dann nicht mehr ein vorgesetztes Programm bekommt sondern wo man sich dann die einzelnen äh Sachen auswählen kann wo man sagt okay na wie Netflix ich denke man bei Sky und im TV gibt es sowas ähnliches auch und wir haben keine Ahnung ich habe keine Ahnung aber ich schätze mal das funktioniert mittlerweile ähnlich dass man sich einfach anziehen setzt und sagt ich okay ich möchte diesen Film gucken und sich einfach eine aus meiner Liste aussuchen wie bei Netflix halt auch aber es ist trotzdem noch was anderes es sind trotzdem große Filmproduktionen es ist nichts wo man vorne von vornherein Einfluss hat und wo man auch kreativen Einfluss nehmen kann ich meine wenn man einen Livestream auf Twitch schaut ich habe jetzt hier eine falsche Taste gedrückt die da so dann wenn man einen Livestream auf Twitch schaut dann ist es ja schon so dass man ähm ja auch kreativen Einfluss nehmen kann man kann sagen ey du das gefällt mir nicht so was du jetzt machst oder hey ich finde das cool oder hey könntest du mal die oder die Musik machen oder hey könntest du mal das oder das probieren oder diese oder jenes Spiel oder ne man man und vor allem hat man auch Rückmeldungen mit dem Chat und so weiter Youtube Kommentare man kann im Grunde es ist es im Grunde ist es Community Unterhaltung also Unterhaltung mit der Community für die Community es ist ich finde das extrem cool und es ist schwierig in Worte zu fassen was ich daran so genau faszinierend bin aber ich finde es einfach extrem faszinierend dass quasi ähm ja Unterhaltung jetzt wirklich äh mittlerweile eigentlich jeder machen kann in jedermanns Hand ist äh jeder die Chance hat damit Geld zu verdienen damit groß zu werden und damit bekannt zu werden und im Grunde na auch gar nicht wirklich die Maßstäbe sind auch anders es gibt es genug Leute die können auch ich bin davon leben ich weiß nicht wie viele Zuschauer die haben keine Ahnung 500 Zuschauer vielleicht 1000 Zuschauer das ist ein Haufen und um also zu 500.000 Zuschauer da kriegen wir ein Spenden das ist unglaublich ne also das wenn man wenn man wirklich sympathisch ist von der H äh finde ich das auch nicht grundsätzlich schlecht mit mit Spenden und was auch noch finde ich sicherlich interessant wenn man da eben tatsächlich dann um genau die Unterhaltung unterstützen kann die man gerne unterstützen möchte mit äh so viel wie man unterstützen möchte oder nicht na das ist alles schön freiwillig ähm ich finde das eine ziemlich coole Sache und ähm ja na wie gesagt da ich selber natürlich auch auf Youtube und äh Twitch im Unterhaltungssegment quasi unterwegs bin und äh Videos mache habe ich natürlich da meine voreingenommen meine Einstellung wenn ich jetzt sagen würde hey das ist alles doof wäre ein bisschen merkwürdig wenn ich ein Youtube-Video mache aber ähm ich finde das extrem cool dass es mittlerweile so ist und ich weiß nicht ne könnt ihr mehr in die Kommentare mal eure Meinung dazu schreiben ich denke mal es gibt dann schon ein paar Leute auch dabei die sagen ich bin das total doof mit Spenden und man sollte damit kein Geld verdienen und so weiter aber letzten Endes wie gesagt es ist alles äh man wird für Zeit bezahlt ne einfach für Zeit bezahlt die man sich nimmt ähm anderen Leuten Unterhaltung zu bieten und ähm es gibt definitiv ähm genug andere Berufe und Bereiche um Geld zu verdienen die ähm ja wie gesagt nicht nicht körperlich direkte Arbeit sind und trotzdem ähm ja eine vernünftige Art das Geld zu verdienen und ähm gerade wenn es um Spenden oder sowas geht wer da kein Bock hat dann muss ja dann einfach nicht und ähm auch bei Youtube ne ich meine steht ja jedem frei die Baubung zu überspringen dann kriegt halt der Youtuber nix und ähm na es ist ist ja kein kein Ding an sich so von daher ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sache so wie es ist und ähm das ganze System wie ich quasi Unterhaltung mittlerweile ähm ja und ne was was ich eigentlich oder worauf ich eigentlich hinaus will also die Tatsache dass er mit Geld verbunden ist ähm hat er auch erst dafür gesagt dass er so geworden ist ne ich meine Youtube gab es schon so lange aber äh erst im Grunde seitdem man wirklich Geld mit Youtube verdienen kann sind eben wirklich Kanäle dann aufgekommen die sich sehr viel Mühe machen die wirklich viele viele Stunden Zeit reinstecken und wirklich sehr gute Unterhaltung bieten ne und ähm wenn wenn man nicht ne wenn es nicht die Möglichkeit gäbe mit Youtube Geld zu verdienen dann werden die Kanäle halt nach wie vor sehr ja eine sehr viele Leute die einfach nur Videos hochladen ohne sich drum zu kümmern oder sowas und ne es gibt natürlich gab auch vorher ein paar Kanäle die wirklich sehr coole Videos gemacht haben ähm bevor es Geld dafür gab aber eher wenige und daher würde ich mal sagen das ist ähm ja wie gesagt ne ich erkennt ja meine Meinung dazu ne ähm gibt genug Leute die immer sagen auch ja ich würde Youtube genauso machen wenn ich kein Geld dafür kriegen würde und ähm ich mache das niemals fürs Geld aber letzten Endes ähm sind die wenigsten Leute doch in der Position äh von sich zu sagen dass sie kein Geld gebrauchen können und ähm wenn man sich jetzt abends hinsetzt und sagt okay ich mache jetzt noch 3-4 Stunden Video ähm dann ist es natürlich wesentlich einfach zu sagen okay ich mache jetzt noch 3-4 Stunden Video und dafür gibt es ein paar Euro auf Youtube ähm oder ich mache jetzt noch 3-4 Stunden Video und dafür gibt es nix na dann kann man sich überlegen okay vielleicht mache ich jetzt nicht 3-4 Stunden Video sondern lieber was anderes ne und da ja ich weiß es nicht ähm könnt ihr mal euren eure Meinung wieder drunter schreiben jetzt haben wir es doch noch angesprochen was ich nicht wollte aber ich finde da sind sie ein sehr cooles System alles in allem ne auch die Spenden auch das generell mit Werbung und Geld verdienen und ähm ich finde das schön dass die Unterhaltung so total ist ne wie gesagt ich habe äh selber kein Fernseher wir haben keinen Fernseher bei uns wir hatten noch nie eine Fernseher in der Familie deshalb bin ich es nicht gewohnt aber ich müssen auch nicht und ich möchte auch gar keine ich guck guck auf und an mal Serien ich war nochmal bei Netflix ähm aber Netflix Deutschland hat leider nicht wirklich viele Angebote für mich das ist nicht nicht interessant ich gucke wie gesagt ab und gucke ich mal eine Serie oder sowas aber ich gucke tatsächlich hauptsache Youtube und Twitch und äh ich kann da einfach so genau das raussuchen was ich anschauen möchte und äh so so ein zurechtgeschnittenes Programm gibt es sonst einfach nirgendwo und ich denke das ist die Zukunft der Unterhaltung ich denke tatsächlich dass äh die klassischen Medien ähm früher oder später wirklich vollends äh ganz aussterben werden ich meine das ist echt schon drastischer Rückgang und ähm ich denke mal tatsächlich dass die Zukunft der Alltagsunterhaltung ähm definitiv äh in der ich sag mal einer breiten Masse verteilt auf die breite Masse liegt na ich meine es sind ja immer noch wenn man anguckt wie viele keine Ahnung große oder größere TV Stationen das jetzt in Deutschland gibt TV Sender und wie viele Youtuber die größer sind es gibt es ist ein ganz anderer Maßstaben da ist also na das ist schon schon krass so ähm ja was wollte ich noch sagen ich wollte noch irgendwas sagen das ist mir komplett entfallen ähm ähm genau ich denke nicht dass Filme oder Serien oder sowas irgendwann verschwinden werden da Leute gucken immer noch gern genug Filme oder Serien ich denke aber halt dass die in Zukunft tatsächlich auch dann auch schließlich für Netflix und Co produziert werden da sie gar nicht mehr für das klassische Fernsehen produziert werden dann halt einfach nur für Kino und dann halt Netflix und Co Netflix macht also schon wunderbar äh vor wir haben ja schon sehr viele exklusive Netflix Serien dann haben wir übrigens noch oben eine Scheune wo kaum was drin steht ähm wir haben noch sehr viel Platz hier auf dem Hof so also wir können noch ganz viele Traktoren kaufen um jetzt mal das letzte Thema vom letzten Video einzugehen ähm ja na es gibt gibt macht Netflix ja schon sehr schön vor und Amazon hat jetzt auch schon ein paar Originalserien die es nur auf Amazon gibt von da ich denke mal das ist definitiv die Zukunft der Unterhaltung und ähm ähm iert von Twitch macht damit sicherheit einen großen großen Batzen ähm ähm der Unterhaltung in Zukunft auch weiterhin aus Ich denke mal tatsächlich dass das das was die Zukunft ist und ähm sait wenn YouTube äh irgendwie verbockt und eines Tages nicht mehr ist dann kommt eine andere Seite die besser ist also Youtube und wenn Twitchs eines Tages verbockt dann gibt gedure 서ich so andere Seiten wie Mixer, die nur drauf warten ähm quasi denen die Position einzunehmen von da die Unterhaltung auf die Art und Weise, ich finde es nicht so schnell und den Leuten, denen es nicht schmeckt, die müssen sich damit abfinden, weil es geht nicht mehr weg und ja, ich denke auch mal, dass die meisten Leute hier zu gucken tatsächlich sich schon damit abgefunden haben oder es auch gut finden, dass es so ist und ja, schreibt mir trotzdem mal in die Kommentare ich würde es vor allem mal wissen, wenn ihr nicht meiner Meinung seid, wenn ihr da eine andere Meinung habt eure Argumentation, vielleicht kann ich da auch im nächsten Video drauf eingehen und wir haben vielleicht eine interessante Diskussion dazu aber ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt und tut mir leid, dass ich jetzt die Folge doch noch ein kleines bisschen unabhängig in die Länge gezogen habe wir haben heute nicht viel gemacht aber wir haben heute mal ein bisschen die Alltagsarbeiten erledigt, aber auch das muss sein so, ich würde mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal und Tschüss